Wir befinden uns hier im Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter, wo wir an den beiden vergangenen Wochenenden viel geschafft haben. So wurde auf einer Gesamtlänge von circa 2 Kilometer circa 75.000 Quadratmeter Asphaltdeckschicht erneuert. Zudem wurde in dem gesamten Bereich circa 20 Kilometer Markierung mit erneuert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020